Herzlich Willkommen! Sie sind gerade auf dem Sprung. Wunschgemäß die Karriereleiter hoch oder zu neuen Herausforderungen an einem anderen Ort. Eine Veränderung im Beruf bringt häufig auch einen Standortwechsel mit sich. Und das wirft natürlich die Frage auf, was wird mit meiner Immobilie? Sie werden am neuen Einsatzort ein neues Leben aufbauen, möglicherweise mit Ihrer Familie. Vielleicht wollen Sie dort auch schnell wieder Eigentum kaufen und die vielen anderen kleinen und großen Dinge, die zum Neustart hinzukommen, müssen natürlich auch bedacht werden. Eine gute Voraussetzung dafür ist, die Verhältnisse an Ihrem alten Wohnsitz so schnell und so gut wie möglich eben auch zu klären. Eine Idealvorstellung wäre sicherlich, in dem Moment, wo der Umzugswagen kommt, ist alles erledigt. Ihre Wohnung oder Haus hat für einen wirklich guten Preis einen Käufer gefunden. Und Sie verfügen nun über die finanziellen Reserven, um ganz befreit Ihren neuen Lebensabschnitt zu planen. Und nicht nur das. Sie können auch sofort handeln, etwa wenn Sie zum Beispiel plötzlich Ihre neue Traumimmobilie entdecken sollten. Ihr Immobilienverkauf ist bereits beschlossen. Aber wer soll das machen? Und wie? Gutachten, Nachweise, Papierkram, Verkauf, Umzug, Organisation und dann noch die Unterschrift zum, oder beim Notar zum Wunschpreis. Niemand ist in allem selbst Profi. Und die größten Fragen stecken bekanntlich im Detail. Warum dann ausgerechnet den Hausverkauf selbst übernehmen? Schließlich handelt es sich ja in den meisten Fällen um den wertvollsten Teil Ihres Vermögens. Mein Name ist Hakan Zietag und ich kenne Ihre Lage sehr gut. In meiner 30-jährigen beruflichen Laufbahn habe ich genau Ihre Situation mehrmals am eigenen Leib erlebt. Aus diesen Erfahrungen und eben vielen einzelnen Erfolgsfaktoren habe ich die Zietag-Methode entwickelt. Sie verläuft in fünf Schritten ab, damit wir für Ihre Immobilie schnell, stressfrei und sicher den besten Käufer finden. Und die gute Nachricht für Sie ist, Sie müssen dafür nichts tun und sich eben auch um nichts kümmern. Das übernehmen alles wir. Und erreichen für Sie den bestmöglichen Preis innerhalb von drei Monaten. Und wenn das für Sie spannend klingt und eben auch Ihren Vorstellungen entspricht, klicken Sie unten auf den Link oder rufen mich für ein kostenloses und unvermitteltes Kennenlangespräch an. Ihr Hakan Zietag von Zietag Immobilien